3 Liegestützübungen 3 Liegestützübungen 3 Liegestützübungen 3 Liegestütze 4 Liegestützübungen 4 Liegestützübungen 4 Liegestütze 5 Liegestütze Ich zeige euch mal die Übung. Wir gehen ganz normal in den Liegestütz, die Arme etwas breiter als Schulterbreit und dann gehen wir runter und ziehen jeweils eines unserer Beine zu unseren Armen. Das ist natürlich ein Wechsel. Man kann auch mal die Position kurz halten und so die Intensität etwas steigern dieser Übung. Wie schon gesagt, äußerst intensiv diese Übung und macht mir eine Menge Spaß. Ich versuche sie eigentlich immer in meinem Brustworkout mit einzubauen. Auch hier kann man sie wieder zum Beispiel drei Sätze lang ausführen mit jeweils 8 bis 12 Wiederholungen oder aber auch mehr, wenn man eher Richtung Definition trainieren möchte oder Richtung Kraftausdauertraining. Die nächste Variante der Liegestütze, die ich euch zeige, ist für all die Leute interessant, die schon eine etwas ausgeprägtere Brustmuskulatur haben und jetzt neue Akzente setzen möchten. Also sprich, die haben schon eine gute Brustmuskulatur aufgebaut und denken sich jetzt, okay, ich will mal was Neues ausprobieren, mal andere Akzente setzen, die Brust etwas anders trainieren. Bei der Version, die ich euch jetzt zeige, ist es so, dass wir hauptsächlich die Außenbereiche der Brustmuskulatur trainieren. Von daher ist die Übung wirklich für die Leute interessant, die ihren Körper etwas definieren möchten. Wie sieht die Übung aus? Ganz einfach, wir spreizen unsere Arme so weit es uns möglich ist auseinander und führen dann die Liegestütze aus. Die Bewegung kommt hauptsächlich ja von der Brust, also wir drücken uns hauptsächlich mit der Brust hoch und die Arme arbeiten so wenig wie es geht mit. Ich zeige euch mal die Variante. Also die Arme, also die Arme so weit auseinander, wie es uns möglich ist, mal kurz auf den Boden legen, mal abchecken hier. So, so sieht es aus und dann gehen wir runter und drücken uns hoch. Also wie gesagt, die Bewegung kommt hauptsächlich aus der Brust. Und die Arme so weit auseinander, wie es uns möglich ist. Zack. Also die Übung haut rein, das kann ich euch garantieren. Bei dieser Version der Liegestütze ist es wie gesagt sehr wichtig, dass wir eine gute Körperspannung haben und diese auch eine gewisse Zeit lang halten können. Wenn ihr die Übung das erste Mal ausprobiert, werdet ihr schnell merken, dass es in den Armen zittert, sage ich mal. Das ist aber ganz normal, das gehört dazu. Übung macht den Meister, also wenn ihr die Übung von vornherein nicht schafft, einfach mal ausprobieren. Anfangen mit ein paar Sätzen, ein paar Wiederholungen, zwei, drei, vier Wiederholungen und dann immer hocharbeiten. Und wie gesagt, die Übung ist sehr effektiv für all die Leute, die Akzente setzen möchten. Und wie gesagt, hier trainieren wir die Außenbereiche der Brust. Und für all die Leute, die sozusagen ihr Brustworkout etwas erweitern wollen, kann ich diese Version der Liegestütze nur empfehlen. Und ich persönlich führe sie auch ganz gerne aus und gehören eigentlich zum Standardrepertoire meines Brustworkouts dazu. Kommen wir zur letzten Version der Liegestütze, die ich euch zeigen möchte. Diese nenne ich einarmige Liegestütz-Fakes. Einen richtigen Namen habe ich für diese Liegestütze nicht. Ich habe die Übung mal von einem Kumpel gezeigt bekommen und auch mal im Internet. Habe mir leider nicht den Namen gemerkt, beziehungsweise beim Google nicht wiedergefunden. Also falls jemand diese Version der Liegestütze von euch kennt und den Namen kennt, schreibt das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Würde mich brennend interessieren. Und wie gesagt, ich habe beim Googlen nichts gefunden. Also keinen Namen zu diesen Liegestützen. Und ja, einarmige Liegestütz-Fakes, so nenne ich sie. Und der Name sagt schon alles. Wir arbeiten hauptsächlich mit einer Körperhälfte, also mit einer Seite. Und das natürlich im Wechsel. Und die Übung sieht eigentlich so aus, dass wir die Arme recht breit auseinander positionieren. Und dann jeweils runter gehen und dann jeweils einen Arm ausstrecken. So sieht die Übung aus in der Trockenversion, sage ich mal. Ich zeige es euch jetzt mal. So, wie gesagt, die Arme ein bisschen weiter auseinander. In den Liegestütz gehen und dann runter. Und ihr seht, dass mein Arm recht durchgestreckt ist. Also jetzt hier der linke. Und der rechte. Links. Rechts. Zack. So, das sollte zur Demonstration reichen. Die Übung ist sehr intensiv. Und der Vorrat, wie gesagt, ein bisschen Geschick. Also ist eher weniger für Anfänger geeignet. Aber ich sage mal so, man kann sich hintrainieren. Und für all die, die mit den Liegestützen jetzt anfangen oder die ja ein bisschen mehr in ihr Workout einbauen wollen, die kommen da nach ein paar Trainingseinheiten auf jeden Fall dahin, dass sie diese auch ein paar Mal ausführen können. Auch hier kann man wieder drei Sätze machen mit ein paar Wiederholungen. Oder aber die ja zum Beispiel in einen Supersatz mit einbauen. Ich mache das immer so, dass ich diese Version der Liegestütze in Verbindung mit Butterflies mache. Also entweder an der Butterfly-Maschine oder aber mit ja Kurzhanteln auf einer Flachbank, die ja Butterflies ausführen. Und dann sofort diese einarmigen Liegestütze-Fakes. Von daher äußerst intensiv. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Macht eine Menge Spaß. Diese Übung gehört eigentlich zu meinen Favorites. Und ist eigentlich in jedem Brust-Workout bei mir dabei. Und generell die Übungen davor auch. Meistens mache ich am Anfang ein paar Liegestütze. Und gegen Ende des Workouts auch nochmal ein paar Liegestütze. Und dann halt ein paar Varianten, um halt generell diesen Brustbereich, Schulterbereich, Armbereich so gut es mir möglich ist zu reizen. Ja und das waren sie auch schon, die drei Liegestütze-Varianten. Ich hoffe, die ein oder andere Übung kanntet ihr noch nicht. Probiert sie auf jeden Fall mal aus. Alle drei sind auf ihre Art und Weise recht anspruchsvoll, recht intensiv. Und meiner Meinung nach äußerst lohnenswert, diese mal ein bisschen zu trainieren. Generell die Liegestütze eine äußerst wichtige Übung. Die Übung sollte in keinem Workout fehlen, wie schon am Anfang gesagt. Egal ob es aufwärmend ist oder aber als richtige Übung in einem Workout. Von daher habe ich hier euch nochmal ein paar andere Übungen verlinkt, sage ich mal. Unter anderem unser Eigengewicht-Workout, was wirklich komplett ohne Handeln ausgeführt werden kann. Ein äußerst gutes Workout, kann ich euch empfehlen. Schaut euch dieses mal an. Und noch zwei andere Videos, die auch in Richtung Eigengewicht gehen. Schaut euch diese auch mal an, würde mich freuen. Ansonsten, falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne als Kommentar unter dieses Video. Oder aber besucht uns auf Facebook unter www.facebook.com slash infitness.tv. Lasst dort ein Like da. Stellt uns eure Frage an die Pinnwand oder schickt uns eine Nachricht. Wir versuchen Fragen so schnell es geht zu beantworten. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.